so einen kleinen story ansatz schon mal warum die die rohstoffe her um die ganzen cyborgs zu bauen auf dem mond ist doch nix ehrlichkeitseinstellung ernsthaft nur das rechte bürenbol darf sichtbar sein muss ich mal dahin gucken dass er das ist was ihr seht jetzt muss ich hier diese scheiß einstellung einmal durchgehen oder was ja 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 das geht natürlich ich werde ihnen etwas zu rufen können sie mich hören man ich will das alles nicht jaja ja 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 das selbstzerstörung ich will nicht kaputt gehen ok jetzt mehr hat er nicht mehr text morgen wir haben wir doch gesichter ja oder augen und wieder zugedeckt 9S The commanders put me in charge of your maintenance, ma'am That means I'll be performing regular checks on you from now on I see Regular checks We 9S models are the best around, you know Though I suppose we're not exactly known for our modesty Good 9S What is it, ma'am? Stop calling me ma'am Huh? There's no need to be so formal Alright, if you say so Oh, I almost forgot The commander was calling for you We better go see what's up, ma'am Er, 2B Pausieren? Ne Was mit ihm Ich wollte ihn anspotschen hier Jetzt Worum geht's? Bitte wir in den Kampfstil Hm, erstmal so lassen, mal gucken Wir sollen da lang Ich hab ne E-Mail Tutorials, Waffengeschichte Fähigkeiten Pod-Programme Vorher einen mächtigen Leser in die Blickrichtung des Pods Oh Gott, das ist alles viel zu viel, das machen wir erstmal nicht Ich wollte eigentlich nur gucken Wo ich jetzt E-Mails sehen kann Hm, ist egal Oh, gut Das ist mal ein super Tipp Ah, 2B Maintenance finished? Yes, Commander You detonated your black box in order to defeat the enemy Bold But risky Try not to be so reckless next time Understood I know you're fresh out of maintenance, but I have another mission for you I need you to head to the surface Rendezvous with the resistance and do some recon Doesn't Yorha have a dedicated resistance contact already? We haven't been able to get in touch with them So we'll need you to look into that as well Understood I can do something Can I do something? Oh, it's all right We don't know what's happening Okay 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 ok warum sind es alles Frauen bis auf der kleine bengel hier die surface? das bedeutet dass wir Flugzeugen bekommen, oder? besser für den hänger eh, normalerweise können wir nicht nahe Flugzeugen bekommen, sie sind viel zu spät für uns Grunts sehr schlecht dass sie diese Dinge noch nicht mass produzieren können ich kaufe mal 10 Stück eine kleine, eine mittlere, das brauche ich alles nicht blendet die LP lässt des Spielers ein, zeigt eine Soundanalyse Feinddaten, blendet die Stufe und LP, das habe ich doch vorhin auch alles gesehen oder nicht ich behalte den Stuff erstmal was ist das mit Strategie ändern ich ändere mal auf Nahkampf, mal gucken was jetzt passiert oh hallo, bei euch hört man ja so einige Gerüchte etwas so riesiges einfach mit der Blackbox Wahnsinn, zu viel Draufgänger tun, kann aber zum Tode führen wir sind sehr sorgfältig mit den Daten, also immer schön hochladen bitte oh hier wohnt der hier ist meine Wohnung, fühlst dich frei zu spüren ach so, das ist wieder was ist das, was du willst, nicht dass es so viel zu tun ist hier okay was ist das ach so, das sind die Speichereinheiten diese Dingsis die haben also so ein Dingssymbol 5-O hey ach so O für was sind die O, sind die Operators oder so ein Krams ne und ich bin Battle, Battle Unit, Kampf Unit jetzt hier hin kurz mal alles lupen hier wo ist das ich habe keinen Zugriff darauf okay die Wartung dahin kann mir überlassen werden Pot verbessern Pot A das ist nicht genug Material ach so Baumsaat, Pilze, reines Wasser oh Gott, oh Gott Sicherungschips du kannst dich nicht verschmelzen da du keinen Chips dessen in derselben Ranges und der selben Fähigkeiten hast ausverkauft ja den habe ich schon ah ok es gibt noch richtig geile andere Angriffe oh hier so ein Schildding guten Stuff ja ja alles klar hau rein gut dann bin ich jetzt ach so, es war ein Fahrstuhl den gehen wir einfach mal hier habe ich gewohnt ach ne 8b sieht die genauso aus wie ich hallöchen ich erzähle ich erzähle dir von der Flora und Fauna auf der Erde der Operator sammelt anscheinend gerne Daten ich bin an dir die Kampfeinheiten ich würde gerne selbst gehen und Daten sammeln wenn man es erlauben würde hättest du eine Erlaubnis das könnte ich dich mitnehmen aber das ist wohl etwas kompliziert ok wer ist denn mein Operator hätt ich vielleicht mal mit dem reden können oder so 7b so hier rein hier rein let's do it speichern möglich immer noch also bevor wir gleich runter fliegen speichere ich glaube ich nochmal und zwar jetzt speichern so auf geht's oh mir geht's nicht gut hier gleich nun beschädigt obwohl sie eine Androide ist wird die jetzt auf langen Flügen immer so schlecht aha schon oft rebellieren lassen aber nichts hilft jetzt ist es wohl chronisch bedingt super Roboter mit chronischen Kopfschmerzen oder Übelkeit ja oh Gott die Rechte hat kein Gesicht und nix beneinswert ich will auch nochmal fliegen Guteinheiten sind teuer verschwenderischer Gebrauch wird nicht toleriert Kampfeinheiten gehen auch so schon zu fahrlässig mit allem um du hast doch auch letztens erst eine Einheit eine Schramme verpasst nicht wahr wer glaubt das hä wer glaubst du musst die Kratzer wieder ausbessern eine so schöne Einheit so zu verschandeln wegen solcher Leute stopp es tut uns ja leid so alles klar die keifen sich hier an wegen irgendwelchen Kratzern und die hat aber einige Kratzer diese Flugeinheit A2B warum denkst du sie ein Kombatmodel wie du zu einem Recon Job senden? wenn alles sie wollen ist Intel wir Scannermodel sind für dieses Kindes Ordner sind Ordner ok ok geht das schon wieder los hier ich hab glaub ich mein Fernsehen ein bisschen hell eingestellt weil hier eigentlich alles nur weiß ist du hast ein neues Weapon reinstalled von hier auf aus ich werde instruktionen für dich sicher zu kommen zu memory roger ooo die edit na 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 hier ragen Super 敢 nicht tre throw einfach homie rumfliegen boom Hmm. Können wir nochmal mit ihm talken hier oder? Trenn doch nicht immer weg Meister Achso er will immer nur die Strategie Nein alles Alles gut So das ist die Erde Oh da hinten ist was Das scheinen alles Überbleibsel von Zivilisiertem Leben zu sein Können hier nochmal Oh hier ist nochmal eine Kiste Okay Okay also wir sollen hier nicht rein Wir sollen wahrscheinlich einfach nur hier rüber Target location acquired Marking on map Proposal Proceed to target location Ja das lernte um seinen aktuellen Aus Das zeigt das Ziel Jupp Herstellung Was ist das? Ich gucke dir Was ist das? Was ist das? ich weiß nicht ob ich so hoch springen kann oder in so großer höhe springen sollte wir sind unten dass das ist ja nicht elche ich glaube das sind elche, dann gehen wir mal gucken tatsache ui tiere boxen wir nicht um aber die da die schon ich glaube in die falsche richtung was war das gerade ich muss ja da lang und wieder hoch ok das sieht aus wie eine mauer dann muss ich wohl einmal außen rum gehen um da rein zu kommen was gab es eisenerz boah da liegt auch zeug ich muss ein bisschen zeug einsammeln angel wie jetzt ist ja geil ich angel also mit meinem heine hier mit meinem klugwesen und dann gehe ich mal da durch diese die tür die wir da gerade gefunden haben kristall hopp hopp so hier soll es rein gehen hier ist unser ziel aber bevor ich da rein gehe will ich nochmal speichern kann ich aber nicht ärgerlich dann gehe ich da nochmal da sind lauter so punkte oh hier sind menschen oder 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 andere roboter widerstandslager ich dachte hier wäre action deswegen wollte ich gerade speichern das ist der resistent kam wir sollten wahrscheinlich mit ihren leidern sprechen steht ich habe da noch nicht speichern hallo du bist Nummer 2 hm du kennst über 2b ähm ja also der bunker wurde mir zu erwarten mein Name ist anemone ich bin der leader der android-resistenz die die meisten von diesem Territory kontrollieren. Du musst die neuen Scouts sein, die wir über das gehört haben. Nun, ich bin sicher, dass meine Leute dir viel Informationen für dich haben. Bitte fühle dich frei, sie fragen, was ihr möchtet. Wenn etwas geschehen ist, ich handel mit Waffen. Nun baue ich Relikte der alten Welt nach oder repariere sie. Obwohl mein Werkzeug manchmal ein ziemlich traurigem Zugstundnis ist. Waffenhändler. Oh, was ist das denn? Ja, wie speichert man? Musst du wissen, dass sie sich spügt? Ja. Das Zugesgerät dort starten. Was gegen einmal gestartet ist, solltest du in seiner Nähe überall speichern können. Systeme an der Schnellspeichern ausgeführt werden. Wenn am oberen rechten Rand die Antenne aufgerichtet ist. So, Zugesgerät hier benutzen, um zurück zu deiner komischen Weltallstation zu kommen. Die anderen Zugesgeräte wären derzeit noch gewartet, aber bald solltest du sie ebenfalls benutzen können. Ich sag's nochmal, dieses Spiel... Ja, man. Welche Antenne denn? Das Spiel ist zu schwer. Jo, hau rein. Okay, also dieses lustige Teil. Speichern. Wup, wup. Hab ich jetzt gespeichert? Ah, lieber nochmal speichern. So, und an dem Punkt, äh, sagt dann jetzt auch erstmal Stopp. Und jetzt hab ich nochmal gespeichert. Ja, alle guten Dinge sind drei. Ähm, hier beende ich erstmal diesen Piloten. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann schreibt das in die Kommentare oder unter die 1, 2, 3 Videos. Lasst einen Daumen da, abonniert den Channel und sonst bis zum nächsten Mal. Reingehauen. project. Bye. mit Bye. 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 Bye.